Ich bin ein großer Europa-Optimist und ich erwarte mir von der neuen Europäischen Kommission, dass sie schlagkräftig das Thema digitaler Binnenmarkt vorantreibt, indem wir mal 2015 die Umsetzung der Datenschutzverordnung erleben und diese wirklich in Kraft tritt und unsere Daten und damit uns Menschen schützt. Und in weiterer Folge brauchen wir dann Regelungen für Informationssicherheit und für weitere Bereiche des digitalen Binnenmarktes. Wir müssen es schaffen, dass nach dem Euro und nach Schengen, nun aber für den gesamten europäischen Raum, ein Binnenmarkt entsteht mit einheitlichen Regeln, wo wir Europäer die Regeln definieren und die ganze Welt nach diesen Regeln spielen muss, so dass es einen Wettbewerb auf Augenhöhe gibt.